Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Astronomy. Wir sagen das Let's Play eigentlich gar nicht zusammen, weil was sollen wir sonst machen mit Space Astronomy? Wir können ja schlecht... Wir können es ja schlecht essen, ne? Also, willkommen bei Space Astronomy. Genug gelabert, ihr habt es schon gehört, da lachte es schelmig, der liebe Zwiebelpeter ist wieder dabei. Hallöchen zusammen, hallo Mene, grüß dich. Moin, moin. In der letzten Folge, ich rekapituliere das mal, habe ich mich mächtig vertan beim Bau eines Holzkohleofens oder so ähnlich. Denn ich habe die falschen Steine verwendet und muss das jetzt korrigieren. Ist aber kein Problem, ich brauche nämlich nur noch Sand dafür. Der Clay, den wir haben, der noch übrig war, reicht zum Glück aus. Ah, ein Glück, das ist gut. Oh, ich habe einen Enderman gehört, glaube ich. Mache ihn gleich kaputt. Die machen doch immer so... Ja, so, genau. Das habe ich gehört, aber ich sehe ihn nicht auf der Karte. So, den ganzen Kram hier mal aus dem Nether hier rein. Fleisch und Kack und alles Mögliche. Machst du eine extra Nether-Kiste? Ja. Habe ich hier, was ist das denn? Zombie-Soul-Aspekt. Das kommt auch in die Nether-Kiste, das ist spooky. So, ähm... Also du hast den schon wieder abgelassen, den Coke-Ofen, ja? Ah, nee, es fehlt doch noch ein Haufen. Ja, ich habe jetzt 13 von 26. Ja, was denn? Ich brauche also noch ganz viel Clay. Mist, ich brauche doch noch Clay. Äh, Brick, 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 Brick. Clay haben wir hier noch einen. Was braucht man da? Ähm... Hä? Na, Clay halt für... Nee, Clay. Ich habe Clay, 49. Aber ich brauche ja Bricks. Also ich muss ja aus dem Clay Brick machen. Ja, ja, die brätst du einfach nur im Ofen. Ach so. Einfach nur den Clay, so wie er ist, in den Ofen schieben. Ah, habe ich. Okay. Cool. Dann muss ich jetzt warten, bis das fertig ist. Okay, so. Was haben wir denn hier? Was ist denn hier mit diesem Collecting XP? XP, 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 XP. Ja, das könnte man mal machen, genau. Das kann ich ja mal zwischenbei machen. Ja. XP Drain. Was ist das denn? Das ist Iron Bars. Okay. Öp. Hier unten wäre so ein Crafting Table auch mal irgendwie ganz geil. Hm. So. Wunsch gehört und erfüllt. Versuch, den stelle ich mal hier neben die Smelterie in die Ecke, ja? Okay. So. Ach so. Zup. Zup. Dann bauen wir jetzt dieses Gitter. und dann müssen wir noch einen Tank bauen, ne? Jo, Tank. Frank the Tank. Tank. Welcher Tank ist denn das? Der hier. WTF. Gibt es denn nur eine Möglichkeit, das zu bauen? Das kann doch nicht sein. Hast du zufällig noch ein bisschen Obsidian mitgebracht? Äh, Obsidian? Ähm. Nee. Scheiße. Ich brauche nämlich für diesen blöden Tank zwei Obsidian. Äh, vier Obsidian. Aber ich kann, also unten gibt es Lava und hier oben gibt es Eimer und Wasser ist auch da. Und dann, äh, kannst du quasi loslegen. Hast du die Eimer oder? Nee, die Eimer sind oben. Einen habe ich. Warte mal, einen habe ich. Den kannst du hier hinschmeißen. Da liegt er. Da liegt er. Ach da. Okay. Ich nehme aber noch einen zweiten mit. Seasure is a Seasure. So, ich bin bei 16 und 26. Können wir doch schon mal anfangen zu bauen. Erstmal gucken, ob hier keiner kommt. Kein Schurke. So, Eimer. Pupp, Pupp. Zupp, Zupp. So, Eimer haben wir. Jetzt mal Ecke, alter Ecke in die Höhle oder was. Ich glaube es, ja. So. Du bist quasi in unsere Höhle gegangen, ja? Ja. In die große, in die ganz große Höhle bin ich quasi. Hoffentlich reicht der Clay aus, ey. Jo, wo ist jetzt dies? Ich brauche noch genau neun. Soll ich dir zeigen, Bo? Was? Nein, ich konnte hier nur einfach nicht in den schönen Sachen hier vorbeigehen. Okay. Steht das Netherportal? Malachit. Keine, dachte schon, schon Dias, aber es ist nur Malachit. Hm, genau so reagiere ich auch immer, falls du dich entsinnen kannst. So, noch ein bisschen Blei. Huch, Lampe ausgemacht. So. Also, und dann wieder zustoppen die Löcher. Reichen. Gut, eventuell wird es ganz schön knapp. Ich habe es jetzt nicht mathematisch ausgerechnet, aber es wird eventuell ganz schön knapp. Meinst du? Hm, noch acht. Und ich brauche immer... Ich brauche immer... Eins, zwei, drei, vier. Vier mal acht sind 32. Nö. Weiß nicht. Fehlen, genau. Drei. Drei Clay fehlen. Haben wir noch irgendwo in irgendeiner Kiste Clay? Nein. Leider nicht. Kann doch nicht sein. Muss ich auf die Suche gehen wegen drei Clay? Mhm. Ich weiß, es ist räudig, aber es ist leider so. Boah, das ist echt nervig. Okay. Fuck. So, wie sah denn das Clay gleich noch aus? Na, so... So dunkelgrau, ne? Ja, sieht dem Gravel zum Verwechseln ähnlich. Unter Wasser. Das heißt, es ist so bläulich, gräulich. Hm. So, ich bin jetzt hier in unserer großen Höhle. Und da hast du den geschlagen, ja? Oder wie? Schlagen? Ja, ich habe einfach die Lava genommen und unter so einen Wasserfall gestellt. Ne, ich frage nur. Hast du hier gemacht oder woanders? Ja. Ne, habe ich da gemacht. Okay. Machen wir mal hier so. Okay, da just earned new ore miner. Aha. Ja, man hat einen Salz. Was ist denn das hier? Gravel. Ah, schade. Da habe ich mich schon gefreut. Gravel, gravel, gravel. Ich höre hier Zombies. Ja, da unten immer. In dieser großen Höhle ist immer was los. Gravel, 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 gravel. Und auch so ein... Gravel. Ich hatte doch mal so viel Clay gefarmt. Wo ist das denn? Über alles drin. So Bogenmenschen höre ich hier auch. Ist Gravel oder Clay? Ich schiebe immer Panik hier echt. Wo bist du, Schurke? Gravel, Mist. Da oben ist er. Kann man nicht mal in Ruhe die Kohle hier aus dem Boden schlagen. Hast du vorhin auf deiner Reise, als du unterwegs warst, dran gedacht, nach Kühen Ausschau zu halten? Ja, habe ich. Also unterbewusst habe ich es, bewusst nicht, aber ich habe auch keine gefunden. Sonst hätte ich durchaus ein lautes Frohlockenus abgegeben. Okay. Wenn du weißt, was ich meine. Weiß ich, absolut. Prima. So, Pilze können mal weg. Halten sich eh nicht so lange. Ich finde kein Gravel. Ich finde nur Gravel, kein Clay. Ja. Hier geht es aber auch tief runter. Mhm. Into the water. Da unten ist ein riesen schwarzes Loch im Wasser. Okay. Was denn? Crazy shit ist das. So, jetzt hier nochmal. Ich hatte ja schon mal Clay gefarmt, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Hm. Irgendwie springt mir jetzt hier gleich irgendwie so ein blöder Zombie auf den Kopf oder was? Oh, da kraucht der da oben irgendwo rum. Der Lapp. Ich glaube schon. The Lab. The Lab. Ich mag die Kombi nicht. Zombie und da schießt doch schon wieder so ein Bogenfritzer auf mich. Ha! Du Sausack-Erländiger. Kann man Clay noch irgendwie anders herstellen oder so? Nee, ne? Stirb! Schurke! Ähm, nee, Clay kann man nicht anders herstellen. Das sieht ja auch so, wie wenn es hier ein Dings zerrissen hätte. Wie heißen sie? Reaper? Ja. Kann gut sein. Ich habe ja gegen Reaper da unten auch gekämpft. Hast du? Hm. Krasser Typ, ey. So ist er. Mhm. Warte mal. Ah, Clay! Ich habe Clay hier von... Hast du? Irre. So. Aha, da ist noch so ein Bogenfritzer. Arschloch. Snipet der einfach um die Ecke rum, ey. Schön für euch. Ja, ist doch wahr. Mal ein Aim-Bot. So, da haben wir den Clay. Jetzt geht's nach Hause. Und dann bauen wir den Ofen. So, nu, mache hier ne hier. Wir brauchen auch mal noch eine Tür in die andere Richtung. Du musst immer über den ganzen Berg drüber hüpfen, um reinzukommen. Ja, das ist doof. Okay, kann ich jetzt hier auch einfach Lava drauf klippen? Oder wie sieht das aus? Äh. Ne. Ah, Feuere, jo. Uah. Ja, mei, wo sieht sie jetzt des? Scheiße. Wie kann man denn Lava nochmal, äh, also, mit Obsidian? Ich stell mich hier schon wieder an wie der erste Mensch. Wie war denn das? Weißt du auch nicht mehr, wa? Ne. Kacke. Doch, ich hab, wie gesagt, Lava einfach unter einen Wasserfall gebaut. Also hast du die eher mit nem Wassereimer... Ne, mit nem Lava. Ich hab die Lava transportiert mit nem Eimer und hab die unter einen Wasserfall gesetzt. Ja, sag ich ja. Und dann wurde es Obsidian. Kacke, ich kann hier keine Lava aufnehmen. Ich brauch nur noch einen einzigen. Warum geht das nicht? Fehlt mir. Ach, jetzt hab ich den ganzen Sand drauf. Ah, ich bin ein Depp. Ach, da bist du, du Krachmacher. Na, komm mal her. Ja, Freund Blase, trägst du gleich mal hier nen Arsch voll. Mit deinem hässlichen Hut. Hinter so ne Kiste. Ah, Kiste leer. So, ha, jetzt hat's geklappt. Und da muss jetzt einfach Kohle rein. Hab ich das richtig verstanden? Hä? Ja. In dieses, ja, okay. Kohle suchen. Hier, Kohle. Fuck. So. Ähm. So. Ja. Also, hier, äh, Wasser. Läuft. So, dann nehme ich mal einen Eimer mit und zeige dir mal, wie das geht. Ich kann kein Wasser hier aufnehmen. Wieso kann man denn von Wasser... Du sollst ja auch kein Wasser aufnehmen, du sollst Lava aufnehmen. Ich hab aber kein Wasser mehr, Mann. Da ist doch ein Wasserfall überall. Ja, und da kann ich kein Wasser rausnehmen. Ja, brauchst du doch auch nicht. Du musst die Lava nur unter den Wasserfall setzen. Du bist auch viel zu hoch, hoch. Komm mal, eine Etage tiefer. Wieso denn? Hier ist ein riesen Lava-Wasserfall. Ah, nee, du bist richtig. Aber ich kann den Lava-Fall hier nicht eimern. Ich komm da nicht ran. Ist kein Zoosblock oder so. Ich weiß es nicht. Wo bist du denn da hinten? Komm mal. Genau, da ist der Wasserfall. Ja. Ach, du hast meine ganze Lava weggemacht. Hier war alles voller Lava. Richtig. War. Ja. Ja. Okay. So, jetzt zeig ich mal. Hier hast du einen Eimer. Ich hab einen Eimer. Wir brauchen Lava. Ja, aus einem Wasserfall können wir die Lava wahrscheinlich nicht rausholen, oder? Mein Reden. Hier. Pass bloß auf, ey. Wenn du brennst, renn da hinten zum Wasserfall. Hm. Sie darf halt nicht fließen. Ja, aber Lava fließt halt. Hm. Das ist jetzt blöd. Ja. So machen. Da ist jetzt ein Zoosblock, ja. Doch nicht. Nee. Ey, du geh mal aus dem Weg jetzt hier. Ja. So, wenn ich das jetzt stoppe, dann ist das hier unten wahrscheinlich jetzt nichts, ne? Dann verschwindet die wieder. Ah, schau. Ich hatte gehofft, man könnte die jetzt hier schnappen. Okay. Okay, das heißt, wir brauchen Lava-See. Mhm. So gab es nicht mal die Möglichkeit, so ein unendliches Lava-Ding zu machen. Ah, warte mal. Ich habe hier noch einen Zoosblock gefunden. Ja. Ja. So, hier. Pass auf. Ich habe ihn dabei. Ich habe ihn dabei. Ich habe ihn dabei. Okay. Du hast nur einen gefunden? Ja. So, und den setzt du jetzt genau hier vorne in die Ecke. Hier. Mach du selber. Zack. Bitte schön. Okay. Allerdings. Jetzt wieder hoch. Derzeit ist nämlich jetzt auch das Clio-Sole fertig. Das habe ich nämlich schön fertig. Dauert ja zum Glück ja nicht lange, ey. So. Gut. Wofür brauchen wir das Clio-Sole-Zeug? Habe ich schon wieder vergessen. Für das komische Treated Wood, was wir brauchen für die Woodmill. Okay, dann. Habe ich so ein Bucket of Clio-Sole-Oil und jetzt habe ich noch ein Bucket of Clio-Sole. Nee, habe ich nicht. Warum nicht? Noch nicht genug drin. Oh, das dauert ganz schön lange, bis die Kohle zu... Das dauert ziemlich lang. Ich habe ein Bucket of Clio-Sole-Oil. Ah, look at this. Jo. So. Okay, pass auf. Jetzt haben wir hier den Tank. So. Jetzt kann ich hier den Tank bauen. So. Dup-di-dup-di-dup. Glaube ich. Eigentlich Takt. Nee, ist immer noch. Sammeln. Können wir mal schlafen? Dann gehe ich mal draußen ein paar Skin-Seeds, äh, Skin-Scraps sammeln. Ach, scheiße, warte mal. Während du hier rumfummelst. Warte, warte, warte. Äh. Äh. Komm mal schnell ins Bett. Schnell, 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 schnell. Hetzt mich doch nicht so. Alter, was ist denn jetzt los? Schnell ins Bett. Ich bin doch schon im Bett. Hat erstmal gut geflickert hier. So, was wollte ich jetzt machen? Achso, hast du noch irgendwo Glas? Ja. Oben im Ofen wird es gerade geschmolzen. Okay. So, haben wir zufällig schon Blümchen? Blümchen, musst du mal gucken. Ja, haben wir. Ah, das kann ich doch kratzen. Ah, mit der ist das doch. So, Apples. Das kommt da unten rein. Ah, der Creeper wieder. Warum liegt denn hier eine Pump drin? Questkiste ist hier. Gott sei Dank, Mann. Gibt es eine Pumpgun. Mit der Pumpgun. So, jetzt habe ich auf jeden Fall einiges eingesammelt hier. An das Gekratzten. So. Jetzt. Ich brauche Blumen. Hier draußen sind Blumen. Bring mal mit, wenn geht rot. Allium. Allium. Die kann ich einfach so umhauen, oder? Ja. Ja. Aber rot wäre geiler. Rot? Nee, ich habe nur pink jetzt hier am Spatt. Aber aus pink, glaube ich, kriegst du keinen Farbstoff raus, oder? Doch, kriegt man. Weiß ich nicht. Okay. Ja, kriegt man. Magenta-Dye. Machen wir mal so. Und so. Scheiße, wieso wird denn das nichts? So, ich packe es dir in die Quest-Chest. Ja. Skinscale. Skinscale. Ach so. Naja, warum nicht? Kann ich kombinieren. Wahrscheinlich, weil die einen von einem Monster sind und die anderen von einem Schaf. Ah ja, wir können uns die Rewards nehmen. Wir können einen Chicken und einen Pig-Spawn uns holen. Was haben wir dann geschafft? Bei Starting Advanced Genetics. Ach, hast du geschafft, die Dinger da alle zu scrapen, oder was? Ja. Ja, das ging super easy. Ein Schaf und ich hatte sie zusammen. Nice. So, ich nehme mal das Schwein. Nee, du kriegst beide. Ach, man kriegt beides. Ja. DNA Analyzing. Craft a DNA Analyzer. Then process the Skinscales in the Machine to get cells. DNA Analyzer. Okay. Wo, glaube ich, wir aber auch Strom brauchen. Ach, auch schon wieder. Pain. Ach so, so macht man das. So. Tank. So, ich habe jetzt Tank gemacht. Jetzt können wir, glaube ich, noch eine Quest abgeben. Glass and Stone Stick. Wir können noch eine Quest abgeben, und zwar Collecting XP. Ah, cool. Die war bei... Äh, da oben. You can then put the XP drain on top of the tank and stand on the drain to tranfter the XP. Okay, da kann man dann XP reindrücken, oder wie? Tja, das musst du mal ausprobieren. Und then put the XP drain on top of the tank. Also, du musst den Tank bauen, da drauf den Drain, und dann sich draufstellen. Genau. Mach mal. Mach mal. Hier unten irgendwo in unsere witzige Maschinenraum-Ecke hier. Äh, okay. Aber in Boden, ne? Genau. Ja, ja, ja. So, einmal Tank. Und einmal XP drain. Der ist hier. Äh, ne, da. Und du? Ah, jetzt. Jetzt füllte sich das Ding. Ja. Und dann? Cool, ist ja witzig. Voll. Ist ja voll. Ja. Und nun? Ja, keine Ahnung. Was können wir damit machen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Okay, werden wir ja noch erfahren, wahrscheinlich. Wie lange ist denn die Folge eigentlich? Ähm, zu Ende. Zu Ende, okay. Äh, gut, dann, ähm, aber das Grün sieht geil aus. So ein bisschen Matrix-Grün. Grün-Gelb. Geschwusche da. Kann man coole Sachen mitbauen, wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht. Mal schauen. Also dann, ähm, ja, gucken wir mal, was uns das Questbuch noch in der nächsten Folge so an vergnüglichen Kurzweil bereithält. Aber hab ich nicht, muss ich nicht Tschüss sagen oder so? Äh, kann sein. Ist egal. Ja, doch. Ist egal. Ja, genau. Also, nö, alles gut. Dann Tschüss. Tschau. 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 Tschau.